Weil durch diese Heismission, da levelt man schon echt schnell. Das stimmt. Ohne diese Heismission wäre ich auch längst noch nicht 208. Konntest du da eigentlich auch den Schwierigkeitsgrad festlegen? Nee, ne? Ich dachte nicht. Auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Cut sie mir jetzt bekommen. Oder welchen Shot wir jetzt bekommen. Sieht aus wie Vicky oder ein Scotch. Geil. Vor allem ist sie die Ranzbude. Nice. Schön, schön. Jetzt war es mir schon wieder so ewig. Bei mir aber auch. Aha. Bin ich bestimmt wieder in einer einzelnen Lobby. Ja, stimmt. Ich bin bestimmt auch wieder ganz alleine bei mir. Oh, ich bin im Weißen. Oh, ich hab gar nichts mehr. Ich bin komplett woanders. Nice, ich bin unter der Stadt. Ich bin unter der Karte. Oh, Mann. Genau, das geht nur auflässig. Da hab ich das immer wieder, dass ich unter der Map bin. Aber hast uns gut durchgebracht. Ja, gerne. So, Auszeichnung, Verstärkung. Ja. Oh, ich seh auch das Schiff, was entzweilt. Und jetzt kann ich nicht mehr rennen. Ach doch, ich kann doch rennen. Ich bin sogar, nee, ich bin unter, ich bin unter dem Meer. Ach, GTA. Ist das schön. Anders ist man das von dem Spiel auch nicht gewohnt. Nee. Also so ganz fehlerfrei war es ja nie. Obwohl von den Bugs geht's eigentlich von GTA 5, finde ich. Ich weiß nicht, ob die viel gepatcht haben. Warte mal, wie kam ich denn jetzt nochmal auf die Einladung? Das eine patchen und machen wir in den nächsten Fehler rein. Genau. So, du hast mir eine Einladung geschickt. Jo. Bitte, zum Spieleinladen. Warte mal. Social Spiel. Ach, da muss ich ihn annehmen. So, ich komm zu dir. Ich hoffe, ich hab keine Ziel-Voreinstellungsprobleme. Dann ist jetzt auch offline. Also hat sich das gerade verabschiedet. Ja, wie war gut, ob der oder die hier ist. Ja, kann ich ja mal fragen. Dann machen sie Danny oder Danny. Genau, das heißt ja. So, jetzt bin ich bei mir wieder und müsste reinträglich bei dir in der Sitzung sein. Aha. Aber ich muss, warte mal, ich muss erst mal überweisen. Ich überweise mal ganz schön das Geld. So, warte mal. Ich würde jetzt auf jeden Fall erst mal zu irgendeinem Topf fahren und was zu essen. Oh ja, das mache ich auch. Und ganz viele Panzerungen. Ja, du verdienst... Doch, doch, ja. Nein, ich würde... Ich habe jetzt über 3,8 Millionen. Das ist schon echt heftig, wie viel Geld du bekommst. Wir haben jetzt eigentlich nur zwei Missionen gemacht. Also die zwei Heiß-Missionen und ich habe über so viel Geld bekommen. Na gut, ich habe auch den größten Anteil von euch gehabt immer. So, warte mal. Ach, da fährst du schon. So. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch deine eine Mission vom Schrotthandel zu Ende bringen? Also nachher eventuell? Wenn, tun wir es auf jeden Fall probieren. Ja. So, ich gehe auch jetzt zum Laden. So, warte, ich stecke einfach bei dir ein. Du fährst ja auch zum Laden, ne? Ja, da oben ist er auch noch. Aber Panzerungen kannst du dir nicht einfach so kaufen, ne? Da musst du wirklich zum Laden reingehen, ne? Ich glaube, das kann man sich... Panzerungen zumindest... Ne, muss man doch kaufen. Hm, super. Meine Munition kannst du ja einfach über dieses Menü ja kaufen. Ich dachte, das ist ja bei Panzerungen auch gewesen, aber das ist scheinbar nicht. Super. Aber der Ammonition ist nachher auch nicht weit weg. Stimmt. So. Oh. Ich habe ich wirklich geholfen. Ich glaube, du hast ihn getötet. Der ist wirklich schon fertig, ne? Ach, ne, jetzt steht er auf. So, das bringt nämlich am meisten Meteoroid, oder? Ich auch, ja, das sind auch alle. Stimmt, ja. Ich kann sogar Bar bezahlen. Das ist ja krass. Äh, Bar bezahle ich über... Ich meine hier per Karte bezahlen. So. Du bist noch drin. Ach so, du tust ihn noch hier. Oh, warte. Toll, jetzt muss ich hier draußen hier noch. Nicht mit so einem... Oh, oh. So, ich steige schon mal ein bei dir, ne? Mit gehangen, mit gefangen, ne? Ach so, ich steige jetzt auch in den Wagen. Ich mache schon mal den Wagen. Fahr vor, dann kannst du einfach reinhüpfen. Dann machen wir so. Nein, theoretisch natürlich. Was denn du? Ich habe gesagt, wir haben jetzt schon die Polizei. So, ich habe auch schon Sterne. Ne, ich habe keine Sterne. So. Doch, jetzt habe ich zwei Sterne. Gut. Als hätte ich jetzt, bevor ich eingestiegen bin, der Verletzter angerufen. Ach so. Stimmt, du hast ja, ja. Stimmt. Okay, gut. Ich wollte uns jetzt heldenhaft, ne? Aus dieser Misere bringen, aber... So. Ich würde nochmal konstant auf die Toilette gehen. Wie gesagt, ich bin dann in einer Minute spätestens wieder da. Oder willst du schon mal uns dort hinfahren? Hm, ich theoretisch auch. Was ist sie noch? Das war's für heute. So, ich bin wieder da. Ich folge dir gleich mal auf dem Fuße zum Shop. Ich kriege keine Schuhe, ich möchte gerne Panzerung. Ich habe mir schon mal voll. Ist auch voll? Ich habe mir noch ein bisschen was. Müsst du den Fallschirm noch kaufen? Ich glaube, das ist noch nicht. Das verleitet mich nachher so Sachen, die wirklich gar nicht sind. Ja, ich habe einmal diese Junk Energy Fallschirmaktion gemacht und habe genau genommen 0 Dollar verdient. Ja, das ist auch nicht so einfach. Ich habe mir das Ganze auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich glaube, ich war auch schon in Gilead 4 nicht der Fallschirm Springer Pro. Also, das war da schon irgendwie voll schwer, finde ich. Ah, ich sehe auch gerade, du hast als Kennzeichen XT Gamer. Krass. Ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht. Das konnte man auf jeden Fall früher über diese eine Eiflut-App auf dem Handy machen. Ach so. Ach ja, stimmt. Stimmt, das habe ich gesehen, dass sie mal so eine App irgendwie hier mit entwickelt haben oder mit dazu gebracht haben. Aber die ist ja wieder schnell verschwunden, ne? So. Hatte ich mir irgendeinen Mich-Tü dazu gesehen? Von dem Zeitraum konnte man das zumindest noch mal einstellen. Ist ja cool. Deswegen hatte ich das einmal gemacht und seitdem habe ich das. Dann haben wir jetzt noch mal ein bisschen Elektrisch waren. Übelst verdunkelt, ne? Oh, nice. Ist das ein E-Tron? Der E-Tron ist ja eigentlich voll elektrisch, ne? Das ist ja eigentlich Audi. Ach nee, das ist ein Q3 oder Q5, ne? Glaube ich. Auf jeden Fall elektrisch. Ja. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von elektrisch. Oh, ich musste, weil mein Auto nicht angesprungen ist, weil meine Batterie leer war, musste ich ins Autohaus und habe einen Ersatzwagen bekommen. Voll elektrisch, so ein Peugeot. Und ich habe jedes Mal die Krise bekommen, weil es war halt wirklich extrem kalt, ne? Tiefster Winter. Und du bist fünf Meter gefahren und du hattest zehn Kilometer weniger Restreichweite. Und wenn du das als Leihwagen hast, ne? Und du nicht, also ich hatte ja jetzt nicht unbedingt Bock, dann dort das Auto noch aufzuladen. Das hat mich echt fassig gemacht, ne? Da frage ich mich, wie das die normalen Elektroautofahrer machen. Wenn du siehst, okay, du fährst, wie gesagt, fünf Meter und hast dann zehn Kilometer weniger Restreichweite. Und wir sind auch einfach stehen da. Ja. Also das machen wir zumindest mit unserem Firmen-E-Auto. Ja. Der bleibt stehen, das will keiner fahren. Ne, wir haben, guck, zweimal Benziner. Ja. Wir fahren ein Mercedes-Benz und haben einen Skoda. Obwohl, der Benz, der ist echt, ich weiß nicht. Also was sie sich dabei gedacht haben, absolute Katastrophe. Ich hasse es, mit dem Auto zu fahren. So ein übelstes Riesenschiff, total unübersichtlich. Hatte ich immer eine Kamera, wo du mal gucken kannst, wie weit du noch hinterfahren kannst. Das ist einfach nur total, weiß nicht. Oh, Smokeweed Every Day. Hey. Ich habe einen Riesenschiff. Oh Gott. Ausspielen Docks. Hatten wir das nicht schon mal? Docks? Oder? Oder? So, jetzt habe ich dir den Platz weggenommen. Oh Gott. Ist das elektrisch. Ja, der geht halt auch gleich rein vom Motor her, ne? Gibt es da einmal an und das schon bei 20 kmh. Ja, aber ich glaube doch, das sieht mir aus, als ob das der Film noch mal gemacht hat. Ja, machen wir es halt nochmal. Es waren ja, wann? Es waren ja drei Vorbereitungsmissionen. Ja, es waren drei bis vier. Drei bis vier, okay. Oh, oh, oh. So. Ach ja, stimmt. Ja, wo wir hier die Bilder machen mussten, ne? Ja, genau. Ah, ich bin mir auf. Wir können ja eigentlich ausschalten, oder? Oder so. Oh, hier war weg von deinem Kopf. Kamera öffnen. Ja, ich war schon mal kurz vor. Oh, wir müssen ja dann... Genau, hier hin. Oh. Oh. Gut, dann nehme ich hier den Schiff. Das Schiff. Bei mir gibt es keine Zeugen, die werden alle abgeknallt. So. Das ist, glaube ich, mit Leertaste. Ja, das ist wieder... Leertaste, genau. So. Genau, dann müssen wir hier hoch. Ach so, warte. Und das jetzt? Genau, Kamera. So. Fertig. Fertig. Fertig, so. Ach so. Ich bin auf jeden Fall so much kleiner als beim Ersten. Ach. Ach so. Oh, okay. Gut, du bist nicht eingestiegen. Warte. Was müssen wir denn da noch machen? Musst wir nicht da noch irgendwas klauen? Das ist erst gestern gewesen und trotzdem, keine Ahnung, habe ich schon gefühlt, wieder alles vergessen. Bei einer Militärwafel mit diesem Skylift. Stimmt. Na ja. Da muss ich schlagen. Stimmt, wir hatten gestern noch... Hier ist ein Auto abgeschlägt und das dann noch getunt, ne? Stimmt, das hatten wir auch noch gemacht. Ey, Ausspänen abgeschlossen. Wundervoll. Jetzt schau mal, ist ja auch ein Playboy, ne? Zumindest laut hier den... ...den Ladebildschirm. Ich glaube, der flüttet mit mir. Die sind ja Augenbrauen immer so komisch hoch. Ja, okay, dann halt nicht. Dann flüttest du halt nicht mit mir. Gut. So, was kannst du jetzt hier machen? Radio ausmachen. Das ist einfach. Das ist einfach. Oh, so, was hab ich denn jetzt enges damit? Ich schau bis in Fernsehen, ne? Während du hier... ...noch, ne? ...schaust. Ach so. Doch, ne Zigarette rauch ich. Ach nee, ist ein Joint. Oder? Ja, das sieht mir aus wie ein Joint. Oh nein, jetzt hab ich ein Joint. Nein. Oh, das ist bei mir wieder alles so komisch. Ich dachte, das ist meine Zigarette. Man müsste nicht alle so die Hardcore-Drogen immer nehmen. Du bist überfordert. Wieso? Wieso? Ich hab' nicht geschafft. Das muss ich auch. Bei dem Kandat hab' ich ja gemacht. Naja. Ich glaube, das dauert uns nicht. Also du kannst die Mission sozusagen gerade gar nicht starten. Ich bin nicht. Komisch. Ich kann entweder noch mal das Aufsehen machen. Hm. Und unten die Sachen sitzen einfach schon alle weggestrichen, mach' ich das dann gemacht. Ach so. Hm. Die hab' ich auch nicht. So, Anruf. Hey! Oh! Oh. Was wollen Sie Ihren Lästern? Ach, lass dann. So. 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 Gut, steigen wir mit ein. Also, die hat das jetzt richtig übel genommen, ne? So. 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 Wotar? Hoe geht's das hier? Oh, jetzt beschlagt haben das auch. Das ist Santa. Ja, mal gucken, was wir drauf haben. Wollen wir das Auto nehmen? Oh, der ist auch ganz toll. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Was hast du so krank gesagt? Ich muss gerne einsteigen. Achso. Was? Passt auch zu meiner Hose. Oh, ja. Oh, ja. Das ist schon echt nice. Ist es wie so eine Fahrzeugzurückholung oder? Kann ich vielleicht hier parken? Oh. 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 Oh nein. Oh nein, du bist gestorben? Oh nein. Okay, ich hol mal das Auto. Ich hol doch nicht das Auto, weil ich auch fähig sterbe. Okay. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Von mir. Oh Gott. Drei Sterne, ok. Ey, gemein, das ist einfach so gespawnt. Nein, jetzt haben sie mich schon wieder. Du guckst absolut, ich meinst, bei den Missionen das schwierigste. Das stimmt. Die kommen halt aus allen Richtungen. Ja. Oh, ist das Assi. Bani, komm, die tauchen kurz vorher auf. Ja. Dann ist mal schon zu spät, dann rutscht man beim Bremsen noch rein. Genau, ja, und dann hat man den Salat wieder. Kommt die jetzt? Ne, was ist denn da oben? Oh. Dann ist sie erstmal frei. Okay. Ich fahre mal links. Ja, das ist richtig. So, jetzt langsam mal die verdammten Sterne. Ja, Halleluja, wir haben's. Halleluja. Ist das nervig. Aber so richtig verstecken kannst du dich trotzdem mit dem Auto nicht, ne? Nö. Oh. Gut, das wird, das wird nochmal einen Schub gegeben. Also bei hohen Geschwindigkeiten ist das Auto doch nicht ganz so. Also bei hohen Geschwindigkeiten. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Das ist jetzt von dieser Autowerkstatt die erste Mission und dann, wenn ich glaube, dann müssten auch irgendwann die Kisten daraus verschwinden. Aha, stimmt ja.